Nein, spring doch! Help! Cheers, Bro! Let's go! Are you dead? Let's go! One critter spawn. What? Ich dachte der eine ist drauf. Schade. Der hat auch schon ordentlich gehustet. Gotcha. 13 noch. Ist er zum Exit? Möglicherweise ist er das. Und wenn er da schon rein ist, ist er jetzt auch raus wahrscheinlich. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das überleg. Schuppdiwuppdi, oh holy cow. Weiß einer. Ach du Scheiße. Er hat nur pre-fired darüber. Ach du Scheiße. Loll. Hat sich doch irgendwas gerade auf der Stelle gedreht unter mir, oder? Ich hab bestimmt einen Scaf rum. Besuchte Stressgranate, dass wir Panik bekommen. Nein, spring doch! Help! Jesus, Bro! Noch einer daun! Hat dich genau gehört, Bro! Er läuft zu mir. Er kommt jetzt safe rein. Ah, dammit, 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 dammit. Interessant ausbauen. Ist der zum Unverzug gelaufen? Oder ist das ein Scaf, der da rumslidet? Das ist ein Scaf, oder? Eieiei, das ist kein Scaf! Oh, der hat so nach einem Scaf-Slide angehört da oben. Ich hab ihn einfach ignoriert. Dammit. Hier oben ist was. Im Office. Glaub ich. Hier hustet was. Wahrscheinlich vorher. Hab einen. Nice. Ja, war ein Player. Nice. Ich meine hier oben im Office was gehört zu haben. Okay. Ich komm gleich. Du rennst gerade durchs Bad? Nee. Nicht Bad. Ich glaub der ist außen jetzt auf dem Stage. Bist du im Gang oben? Nein, nein, nein. Ach du Scheiße, der hat da gepiekt. Nein, nein, nein. Hab ihn, hab ihn. Good job, ich bin jetzt hier hinten. Jo. Eigentlich. Also es war so ein... Ich hab wirklich... Ich weiß nicht. Ein paar Tage diese Gerates gemacht und hat das alles zusammen funktioniert. Mhm. So jetzt. Ja. Metall. Kann rechts was sein. Ich glaub der ist schon hoch. Ja, da ist was. Ja, der ist da. Oben. Der dort ganz oben. Komm schon. Aua. Kannst du bitte sterben? Nein, jetzt hat er mich. Wo ist der? Der ist auf den Treppen hoch. Bist du bei dem anderen? Nee, auf der Mitte von den Treppen irgendwo. Wenn man wie was kommt, dann renne ich einfach ins Office. Jo. Ich hör Steps, könntest du gewissen. Teil Steps, ich glaub der kommt zu mir. Und in der Blutstein. Wow. Instant tot. Ohoho. So ein Player oder? Oh, ist noch einer dabei. Ich weiß nicht, ob ich die abdrücken soll. Am Ende sehen sie mich und schießen. Einer ist tot. Alter, der hat zwei Nades. Wir haben einfach viel zu lange nicht geschossen. Ja, ich renne hier gerade ein Scaf rum und habe eigentlich nicht die geilste Muni. Unten ist der Scaf in die andere Richtung, richtigen Stage-Stack. Shots von der anderen Seite, ich gehe ins Office. Beide Türen auf. Haben, haben. Ich muss mich kurz hielen. Achtung, da gibt es noch eine Erklärung, oder was du siehst? Ich bin gerade ins Office gegangen und habe es reloaded und ich hiel mich jetzt. Tschüss, von wo weiß ich noch nicht so genau. Bridge. Du machst es schnell. Und zurück. Mal gucken, ob wir mit einem Tod oder mit einem Sieg ins Bett gehen. Ich habe Tablas bauen. Mit einem Tod. Wie schnell waren die da? Wie schnell waren die da? Ah, Tittewi. Crazy, Alter. Crazy. M61. Na gut. Na gut, die darf auch mal durch den Alt hindurch gehen. Wo sind denn die genau? Ja. Hier ist ja die ganze Party, Alter. Wo rein? Was. Hier ist es also das. ? Die quadran. Sein. In rewards hinsichtlich. Ich guerre mich. Die Erklärung ist. Was. Heilige Scheiße, ein Hedgling. Der geht raus, nicht mit mir. Sicher, Klaus in der Ecke. Was? Hast du mich verarscht? Hat mich der andere verarscht oder ist der raus? Da ist er! Oh nein! Alter! Geht doch, sage mal! Jetzt habe ich aber wirklich keine Munition mehr. Alter Vater, was ist denn das für ein Fight gewesen? Bruder, danke für dein Loot. Auch wenn ich dich nicht gekillt habe. Was ist hier? Drei? Habe ich gerade falsch gerechnet? Auf dem Moment auch alle sind down. Ach, RGD5! Den Typen, den ich gerade gelootet habe mit dem krassen Gear, den habe ich mit meiner Nate am Anfang gekillt. Was? Das war gar kein anderer, der den gekillt hat. Ich bin jetzt im Bad. Lockers. Soweit clear. Sagt Bescheid, wenn du hinter mir... Oh, Nate irgendwo? Wo ist die hinten? Ach du Scheiße, die war Klaus. Jetzt passt's auf, Leute. Der fällt zu oben. Dein Killer, jetzt kommt er gleich. Auf der anderen Seite kommt auch was über Metal-Straps bei Twitch. Scheiße. Einer tot. Reloading. Ich pusht jetzt einer. Nein! Ah, fucking Shotgun ins Gesicht. Hat mich. Da ist ein Lockers drin. Oh ja, natürlich habe ich einen Schuss in der Fresse. Hinten kann einer spawnen. Pusch einfach mal dumm hin. Da ist einer. Granate! Aua, 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 aua. Der läuft weg. Ich gehe außen rum. Oben läuft auch was. Oder bist du auf Metall? Bist du auf Metall? Ne. Ich war gerade kurz auf Metall, ja. Der läuft ja durch den Gang, oder bist du das? Der läuft zu dir wahrscheinlich. Ne, bin nicht im Gang. Bin nicht im Gang. Bist du im Gang? Ich bin jetzt wieder im Gang. Bist du da? Einer tot. Okay, ach so. Da ist ein Hedgling. Ja, passt. Ich laufe gerade hinter. Ach wahr, Hedgling. Ja. Ich weiß nicht, warum da zur Zeit so viele Hedglings auf Factory rumlaufen. Ach du Scheiße, hat der mich gerade geskehlt? Jetzt wäre ich fast gegen den Scaf gestorben, weil ich nicht treffe. Ich bin hinter dir. Kurz reloaden. Ich bin hinter dir. Bisschen nervt es ja schon mit dem Sprung in der Schüssel hier. Das ist doch kein Scaf, das ist ein Bär, oder? Aber ich glaube, es war kein Schussplayer hinter irgendwo. Ich auch. Bist du das mit der Schöpfung? Ja, das bin ich. Okay, du hast auf mich geschossen, glaube ich. Deswegen war ich mir nicht sicher. Ich hab nicht auf dich geschossen. Sitzt der da drin? Dann hat der auf mich geschossen, der da drin sitzt. Oder war der oben? Okay, fucks. Das war... Okay, Tarkov Teamkills werden erhöht. Heute hab ich's irgendwie mit dir. Sorry. Ich bin direkt neben dir gestanden und hab'n Schuss abbekommen. War mir sicher, dass du auf mich geschossen hast. Und dann war ich mir nicht sicher, ob du der Gegner bist. Damn. Synthesize S4D. Nee, natürlich nicht. Sams. Einen brauchen wir noch. Fuck. Ja, scheiße. Das war einfach gerade eine ganz weirde Situation irgendwie, weil ich, wie gesagt, dann gar nicht mehr zuordnen konnte, woher die Schüsse kamen irgendwie. Weil ich da keinen Muscleflash gesehen hab. Aber ich habe ja vorher schon Metall gehört. Also, zwei Möglichkeiten. Entweder, der war immer noch auf dem Generator oben gesessen, da wo man auf diese komischen, weißt du, schon da hochgehen kann, auf die zwei, die da stehen. Oder ganz oben im Catwalk möglicherweise über uns und hat runtergeballert. Was anderes kann ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen. Unten wäre hinter mir gewesen. Das hätte ich glaube ich überrissen, aber keine Ahnung. Und dann feile ich das auch nicht. Versuch wieder links. Ja. Das war Forklift, glaube ich. Links läuft was. Tot. Quest fertig. Ja, looten und raus. Oder willst du nur Spaß haben und sterben? Wo hast du denn den Umbrot? Hier, wo ich loote gerade. Der hat bloß eine Pistol. Da haben wir, Boy. Reloading. Was geht denn mit Level 33 in Factory mit einer Pistol und einer Pukka? Ah, die Pukka Quest. Ah, dem hätte ich, vielleicht hätte ich ihm eine Notiz hinterlassen sollen. Bro, MP7 geht besser für die Pukka Quest. Ich versche den einfach mal wild. Da ist noch einer. Fake Reload. Yes! Yes! My Fake Reload hat geklappt.